In diesem Video gucken wir an, wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert, wie man das macht und warum man das so macht, was dahinter steckt. Wir betrachten wieder am Anfang unser Alice und Bob Beispiel und stellen uns vor, Alice, Bob und Carl gehen aus, trinken Bier und das, was sie trinken, schreiben wir wieder als Matrix auf. Also wir haben Alice, wir haben Bob und wir haben Carl, sie trinken Bier und Radler und zwar Alice trinkt ein Bier, zwei Radler, Bob zwei Bier und zwei Radler und Carl trinkt null Bier und drei Radler. Und nachdem sie das alles getrunken haben, kommt natürlich irgendwann die Rechnung. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, was kostet jetzt eigentlich das Bier. Und wir nehmen an, wir sind in einem Laden, der heißt Bei David und Bei David kostet das Bier 3 Euro und das Radler 2,50. Und wir haben jetzt die Informationen, diese relevanten Informationen für uns als zwei Matrizen dargestellt. Also die wirklich wichtigen Daten sind jeweils hier diese beiden Matrizen. Und wenn wir uns jetzt fragen, was müssen die beiden bezahlen, dann rechnen wir so, wie wir es erwarten würden. Also wir gucken, was müsste Alice bezahlen und um zu wissen, was Alice bezahlen muss, betrachten wir, dass sie ein Bier hat. Ein Bier kostet 3 Euro plus zwei Radler. Jedes Radler kostet 2,50. Das heißt, die Rechnung, die wir für Alice machen müssen, ist 1 mal 3 plus 2 mal 2,50. Entsprechend die Rechnung für Bob. Bob hatte zwei Bier und zwei Radler. Die zwei Bier kosten jeweils 3 Euro, also es ist 2 mal 3 plus 2 mal 2,50 für das Radler. Also die Rechnung dort ist 2 mal 3 plus 2 mal 2,5. Und entsprechend für Karl. Karl hatte 0 mal das Bier, also 0 mal 3 plus 3 mal 2,50. So. Und das, was rauskommt, ist wieder eine Matrix. Und die können wir natürlich ausrechnen. 3 mal 1 ist 3 plus 2 mal 2,50 ist 5. Das sind also 8. Das ist 2 mal 3 ist 6, plus 5 sind 11. Und 3 mal 2,50 sind 57. Und das, was wir hier jetzt raus haben, das ist der Vektor, der uns angibt, was die Personen jeweils bezahlen müssen. Vektor ist dabei im Spezialfall einer Matrix. In dem Falle ist es ein Spaltenvektor. Der hat Spaltenform, hat also in dem Falle drei Zeilen und genau eine Spalte. Kann man dann auch als Matrix ansehen oder eben als Vektor. Und das ist auch schon unser erstes Beispiel für die Multiplikation von zwei Matrizen. Weil das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben diese beiden Matrizen, diese hier, multipliziert mit dieser Matrix. Und wenn ich die beiden multipliziere, kommt diese Matrix raus. Jetzt werden Sie an der Stelle zu Recht sagen, dass das so ein bisschen nach einem Spezialfall aussieht, weil ich erst eine Matrix mit einer sehr speziellen anderen Matrix mit einem Vektor multipliziert habe und dann einen Vektor erhalten habe. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man zwei allgemeine Matrizen miteinander multipliziert. Und auch das gucken wir wieder an. Wir bleiben bei unserem Alice und Bob Beispiel. Also haben wir da Alice, Bob und Karl. Bob und Karl. Sie trinken wieder Bier und Radler. Das waren ein Bier, zwei Radler, zwei Bier, zwei Radler und null Bier und drei Radler. Und diesmal stellen wir uns eine leicht andere Frage. Eben wollten wir nur wissen, was müssen Sie in einem möglichen, in einer möglichen Bar bezahlen. Wie sieht das aus, wenn es verschiedene zur Auswahl gibt? Angenommen, es gibt einmal bei David, das wir eben schon hatten. Und es könnte aber auch hier noch bei Emmy geben. Und bei David kostet das Bier drei Euro und das Radler zwei Fünfzig. Und bei Emmy kostet das Bier zwei Euro und das Radler drei Euro dafür. Und wenn Sie jetzt scharfen gucken, haben wir hier eine Matrix. Diese Matrix gibt uns an, wie teuer ist jeweils ein Getränk bei der jeweiligen Gaststätte, in der jeweiligen Bar. Und die linke Matrix gibt uns weiterhin an, wer trinkt wie viel von welchem jeweiligen Getränk. Also Zuordnung von Name und Getränk zur Anzahl der Getränke. Und wenn ich die beiden jetzt aufmultipliziere, dann bekomme ich raus, wer müsste wo wie viel bezahlen. Und das mache ich einmal. So, die beiden Matrizen sollen multipliziert werden. Und wir gehen ganz genauso vor. Wir gucken jetzt, wie viel müsste Alice bei David bezahlen und wie viel müsste Alice bei Emmy bezahlen. Also wir haben hier Alice. Was müsste die bezahlen? Erster Eintrag ist für bei David. Und das ist die gleiche Rechnung wie eben. Das ist 1 mal 3 plus 2 mal 2,5. Das schreibe ich einmal hin. Das ist also 1 mal 3 plus 2 mal 2,5. Und was müsste sie bei Emmy bezahlen? Bei Emmy müsste sie bezahlen 1 mal 2 plus 2 mal 3. Also 1 mal 2 plus 2 mal 3. Das gleiche machen wir noch für Bob. Wie ist es bei Bob? Wie ist es bei Bob? Wenn Bob bei David das entsprechend trinken geht, dann muss er zahlen 2 mal 3 plus 2 mal 2,5. Und bei Emmy müsste er bezahlen. Und bei Emmy müsste er bezahlen 2 mal 2 plus 2 mal 3. Und was müsste Carl bezahlen? Und was müsste Carl bezahlen? Carl müsste bezahlen 0 mal 3 bei David plus 3 mal 2,5. Und bei Emmy entsprechend 0 mal 2 plus 3 mal 3. Und auch das ist wieder eine Matrix. Das können wir wieder ausrechnen. Das hatten wir eben schon. 1 mal 3 plus 5 sind 8. Das ist der gleiche Vektor wie eben in der ersten Spalte. Das sind 6 plus 5 sind 11. Das sind 57. In der zweiten Spalte ist es 2 plus 6 sind 8. Das ist 4 plus 6 sind 10. Und das sind 9. Und jetzt haben wir hier entsprechend eine neue Matrix. Und die gibt uns eben das Verhältnis an, welche Person in welcher Bar wie viel bezahlen müsste. Und das ist das Produkt der beiden Matrizen. Als Matrixprodukt. Betrachten wir jetzt die gesamte Rechenvorschrift noch mal etwas abstrakter. Und lösen uns jetzt mal von Alice und Bob. Und betrachten einfach nur noch die Matrizen. Und ich mache das wieder an einem Beispiel vor. Angenommen wir haben die Matrix 1, 3, minus 1, 0, 2, 1. Und die wollen wir multiplizieren mit einer anderen Matrix. 0, 2, 1, 1, minus 1, 0. Dann ist genau wie eben das Produkt dieser Matrizen dadurch definiert, dass wir gedanklich in der linken Matrix eine Zeile entlang laufen. Während wir parallel dazu in der rechten Matrix die Spalte lang laufen und die Elemente jeweils miteinander multiplizieren und das Ganze aufsummieren. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber mechanisch gar nicht so kompliziert und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es nicht mehr so schwierig. Also was wir rechnen ist 1 mal 0 plus 3 mal 1 plus minus 1 mal minus 1. Das ist der allererste Eintrag. So, also wir hätten gesagt 0 mal 1 ist 0. 3 mal 1 ist 3. Minus 1 mal minus 1 ist 1. Also steht hier eine 4. Für den Eintrag rechts daneben machen wir es ganz genauso. Wir nehmen aber jetzt die zweite Spalte, die wir langlaufen. Also erste Zeile, zweite Spalte. Die Zeile der linken Matrix muss wieder korrespondieren von Anzahl der Elemente mit der Spalte der zweiten Matrix. Und die Position, wo wir sind, wird immer angegeben durch die Zeile der ersten Matrix, wo wir gerade durchlaufen und die Spalte der zweiten Matrix. Also wir sind jetzt in der ersten Zeile, zweite Spalte. Das heißt, wir rechnen 1 mal 2 plus 3 mal 1 plus minus 1 mal 0. Und das schreiben wir auf. Also 3 mal 2 ist 2 plus 3 ist 5. Also der Eintrag hier an der Stelle ist 5. Weil minus 1 mal 0 ist ja 0. Das ändert nichts. Für die nächste Zeile. Auch da laufen wir wieder die Zeile durch. Diese 0 wird multipliziert mit der 0. Diese 2 mit dieser 1. Diese 1 mit der minus 1. Und der Eintrag, der daraus entsteht, den schreiben wir dahin. 0 mal 0 ist 0. 2 mal 1 ist 2. 1 mal minus 1 ist minus 1. Also 2 minus 1 ist 1. Das ist der Eintrag hier. Und für den Eintrag rechts davon wieder die zweite Spalte benutzen und die gleiche Zeile. Also 0 mal 2 plus 2 mal 1 plus 1 mal 0. Ich rechne es wieder aus. 0 mal 2 ist 0. 2 mal 1 ist 2. 1 mal 0 ist 0. Also bleibt nur übrig die 2. Und das entsprechend ist die Ergebnismatrix. Ich visualisiere das noch einmal für Sie, um so ein bisschen klarer zu machen, wie wir auf diesen Eintrag gekommen sind. Um auf diesen Eintrag hier zum Beispiel zu kommen. Auf diese 5. Was haben wir gemacht? Wir sind langgelaufen. Die erste Zeile und die zweite Spalte. Genau das, wo diese 5 steht. Erste Zeile, zweite Spalte. Erste Zeile links, zweite Spalte rechts langlaufen. Und jeweils elementeweise miteinander multiplizieren. Also 1 mal 2, 3 mal 1, minus 1 mal 0. Und so kommen wir auf diesen Eintrag. Gucken wir das Ganze noch einmal für einen anderen Eintrag an. Zum Beispiel für den hier. Für diese 1. Um dahin zu kommen, was müssen wir machen? Hier wird die zweite Zeile der linken Matrix genommen. und die erste Spalte der zweiten Matrix. Und hier wird wieder dann komponentenweise multipliziert. Also die 0 mit der 0, die 2 mit der 1 und die 1 mit der minus 1. Und dann kommt eben 0 mal 0 ist 0, 2 mal 1 ist 1, 1 mal minus 1 ist minus 1. Wenn ich die alle aufaddiere, kommt raus plus 1. Und das ist genau der Eintrag hier. Und der Merksatz, den ich mir persönlich gut merken kann, ist Zeile mal Spalte. Sprich, auf der linken Matrix läuft man die Zeile durch, während man parallel rechts in der rechten Matrix die Spalte durchläuft und jeweils die Elemente miteinander multipliziert und aufaddiert. Und damit diese Vorschrift überhaupt funktioniert, müssen die Matrizen natürlich miteinander kompatibel sein. Das heißt, das muss passen. Dass die Bedingung dabei ist natürlich, damit man diese Multiplikation, so wie vorgestellt, überhaupt machen kann, dass die Anzahl der Spalten links muss das gleiche sein, wie die Anzahl der Zeilen rechts. Das ist die Bedingung. Sonst funktioniert das Verfahren, so wie vorgestellt, natürlich nicht. Weil dann hätten die entsprechenden Zahlen keine passenden Partner mehr. Wenn hier noch eine Zahl stehen würde, würde ich hier keinen Partner haben, mit der ich multiplizieren kann. Das heißt, damit diese Multiplikation definiert ist, muss die Anzahl der Spalten der linken Matrix gleich der Anzahl der Zeilen der rechten Matrix sein. Es gibt noch eine zweite schöne Eigenschaft, die man kennen sollte, dieses Produkt von zwei Matrizen. Und zwar, wenn wir so eine Matrix haben, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, 1, 1, zum Beispiel diese Matrix. Und wenn ich die jetzt multipliziere mit einem Vektor, also zum Beispiel dem Vektor 1, 0, 2, was passiert dann? Die linke Matrix, die hat nun drei Spalten. Und Sie erinnern sich, ich habe mal direkt am Anfang gesagt, dass diese Spalten ja quasi Vektoren sind, Spaltenvektoren sind. Also wir können sagen, wir haben hier einen Spaltenvektor in der linken Matrix, dann haben wir noch einen Spaltenvektor in der Matrix und dann haben wir schlussendlich noch einen dritten Spaltenvektor in der Matrix, nämlich den hier. So, und das Ganze multipliziere ich jetzt mit einem Vektor. Und das Ergebnis ist die Linearkombination der entsprechenden Spaltenvektoren. Also genauer an der Stelle ist das die 1 von dem rechten Vektor, also von dem hier, diese 1, mal und jetzt dem Spaltenvektor, dem ersten, also dem 1, 2, 3er Vektor, plus 0 mal und jetzt die mittlere Spalte 4, 2, 0 plus zweimal die rechte Spalte und die rechte Spalte ist 1, 1, 1. Das heißt, das ist eine andere Art, sich die Matrixmultiplikation vorzustellen und zwar als Multiplikation die einfach ein Vielfachs der entsprechenden Spaltenvektoren aufaddiert, da es eine Linearkombination macht. Und wenn wir es einmal ausrechnen, kommt da raus, ich schreibe es einmal auf, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 2 ist 4, 3 plus 2 ist 5, also der Vektor 3, 4, 5. Und schon mal als Hinweis für vorweg, diese Eigenschaft werden wir hinterher später wieder sehen, wenn es um das Lösen von linearen Gleichungssystemen geht. Ich zeige diese Idee nochmal an einem etwas komplizierteren Beispiel und zwar bei einer Multiplikation, bei der es nicht nur mit einem Vektor, sondern mit einer anderen Matrix multipliziert wird und wir gucken dazu mal diese Matrix an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und die möchte ich multiplizieren mit der Matrix 1, 1, 0, 0, 1, 1. So, was passiert? Ich markiere wieder die entsprechenden Spalten farblich. Das hier ist die erste, das die zweite und das die dritte Spalte, der dritte Spaltenvektor. Und wenn ich das Ganze jetzt multipliziere, nach unserer Regel für die Matrixmultiplikation, würde ich ja rechnen 1 mal 1 plus 2 mal 1 plus 3 mal 0 für den ersten Eintrag der ersten Zeile. Für die nächste Zeile würde ich rechnen 4 mal 1 plus 5 mal 1 plus 6 mal 0 und für den dritten Eintrag würde ich rechnen 7 mal 1 plus 8 mal 1 plus 9 mal 0. Man sieht schon, der dritte ist immer weggefallen und die ersten beiden werden einfach aufaddiert. Das heißt, unsere erste Spalte ist einfach die Summe der ersten beiden Vektoren. Also, ich nehme einmal den Vektor hier plus einmal den Vektor hier. Das ist das, was hier steht. Einmal den Vektor nehmen und der hier einmal den. Und die beiden einfach aufaddieren. Und das mache ich mal. und das kommt raus. 1 plus 2 ist 3 4 plus 5 ist 9 7 plus 8 ist 15. Also, das, was die erste Spalte hier getan hat, diese Spalte hier, die hat mir einfach gesagt, nehme mir die erste Spalte von hier und die zweite Spalte von dort jeweils mit Faktor 1 und addiere die auf. Und die dritte lassen wir weg. Und ganz analog funktioniert das auch für die zweite Spalte. Da ist es so, dass hier diese Spalte genommen wird, weil es der zweite Eintreis ist, und das addiert wird mit der dritten Spalte. Das heißt, das, was rauskommt, ist 2 plus 3 ist 5. Das ist 5 plus 6 sind 11 und 8 plus 9 sind 17. Und das ist das Ergebnis. Also, für das Ergebnis bei der linken Spalte haben wir auf addiert die grüne Spalte mit der braunen Spalte. Die beiden wurden addiert. einmal das plus einmal die. Und für die rechte wurde eben gerechnet, da hatten wir einmal diese sandfarbene Spalte und einmal die goldgelbe Spalte und auch jeweils mit Faktor 1. und das, was hier steht und das, was dort steht. Und hier empfehle ich nach Ende des Videos das wirklich einmal selber auszuprobieren. Wie sieht eigentlich so ein Produkt von zwei Matrizen aus? Was kommt raus? Damit man dafür wirklich so ein mechanisches Gefühl dafür hat, was da eigentlich wirklich passiert. Kommen wir jetzt einmal zur formalen Definition des Produkts zwei Matrizen. das ist textuell geschrieben sehr unhandlich zu lesen. Deswegen habe ich das vorweg mechanisch erklärt hier im Video, wie genau multipliziert wird und genau das versuchen wir jetzt textuell zu fassen. Wir nehmen an, wir haben eine Matrix A. Diese Matrix ist eine M-Kreuz-N-Matrix mit M-Zeilen, N-Spalten. Und wir haben eine zweite Matrix B. Diese Matrix ist eine N-Kreuz-P-Matrix. Sie sehen hier, dass dieses N und dieses N hier die müssen gleich sein. Das heißt, die Anzahl der Spalten hier in der linken Matrix muss gleich der Anzahl der Zeilen in der rechten Matrix sein. Sonst funktioniert es nicht. Das ist dann entsprechend, dass B ist dann eine Matrix mit N-Zeilen und P-Spalten. Dann definieren wir AB, also das Produkt, nennen wir diese Matrix C. Und diese Matrix ist dann vom Typ M-Kreuz-P. Das heißt, die hat so viele Zeilen wie die linke Matrix und so viele Spalten, das ist das P, wie die rechte Matrix. Und berechnen tun wir das dadurch, dass wir durchlaufen. Das machen wir mit dem Summenzeichen. Wir addieren alles auf. Wir laufen von K gleich 1 bis N. Das N, hier ist ja die Anzahl der Spalten in der linken beziehungsweise die Anzahl der Zeilen in der rechten Matrix. Weil das die Anzahl ist und sich also die Zeile beziehungsweise Spalte immer ändert, durchlaufen wir hier in der linken Matrix die Zeile. Wir haben hier das feste I. Das K ist das, was wandert bei dem A. Und entsprechend bei dem B ist ebenfalls das K, das was wandert. Und weil das der erste Eintrag bei dem B ist, bezieht sich das auf die Zeile in der wir sind und weil es bei A der zweite Eintrag ist, bezieht sich das auf die Spalte wo wir sind. Und da lassen wir laufen K gleich 1 bis N. Und berechnen tun wir den Wert an einer Stelle IJ. Und dazu nehmen wir immer die feste Zeile in der linken Matrix und die feste Spalte in der rechten Matrix. Das sind das I und das J. Aber auch hier gilt anhand dieser Definition ist das schwer zu benutzen. Da ist es hilfreich, das wirklich ein paar Mal gemacht zu haben, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen. Gucken wir jetzt noch ein paar Regeln an. Die erste Regel ist, Matrix-Multiplikation ist assoziativ. Das heißt, wenn ich A und B mit C multipliziere, muss ich keine Klammern setzen. Ob ich A und B multipliziere und dann mit C oder B und C multipliziere und dann von links mit A dran, macht keinen Unterschied. Wichtig an der Stelle ist, Achtung, Matrix-Multiplikation ist nicht kommutativ. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich A mit B multipliziere oder B mit A multipliziere. Zumindest im Allgemeinen. Ich schreibe das vorsichtshalber nochmal auf. Matrix-Multiplikation ist nicht kommutativ. Matrix-Multiplikation ist nicht kommutativ. das heißt, A mal B ist im Allgemeinen nicht das gleiche wie B mal A. Was aber praktischerweise wieder gilt, ist das Distributivgesetz. Das heißt, wenn ich eine Matrix A, B und C habe, drei Matrizen A, B und C habe, dann ist A plus B mal C das gleiche wie AC plus BC. Wenn man es erwarten würde, sowohl von links als auch von rechts, das heißt, A mal B plus C ist auch das gleiche wie AB plus AC. Hier ist wichtig, dass wir es zweimal aufschreiben müssen, dass es sowohl von links als von rechts gilt, eben aus dem Grund, weil Matrix-Multiplikation nicht kommutativ ist. Deswegen müssen wir extra aufschreiben, dass es hier gilt. Es gibt auch einen Zusammenhang mit dem Transponieren bei Matrizen. Wenn Sie eine Matrix A und B miteinander multiplizieren, das Ergebnis transponieren, dann ist das gleiche, als ob Sie B transformieren, äh, transponieren und A transponieren und dann B transformiert mal A transponiert rechnen. Und zum Schluss noch die Regeln zu 0 und 1. Wie bei den reellen Zahlen auch, gibt es eine Art 0, mit der ich multiplizieren kann. Bei den Matrizen ist das die Nullmatrix. Das heißt, wenn ich eine Matrix mit der Nullmatrix multipliziere, kommt die Nullmatrix raus. Der Typ muss natürlich an der Stelle immer passen, also muss die richtige Größe haben. Und analog mit einer Einheitsmatrix, auch die müssen einen richtigen Typ haben. Wenn ich mit 1 multipliziere, wissen Sie, dass die Matrix selber rauskommt und genauso ist es bei der Multiplikation mit einer Einheitsmatrix des richtigen Typs. Dann kommt auch die Ausgangsmatrix wieder selber raus. Zum Abschluss noch ein weiteres Beispiel, um die Idee der Matrixmultiplikation noch mal vorzuführen. Also ich gucke noch mal eine neue Matrix an. Also sowas wie minus 1, 2, 3 und 0, sagen wir mal. Und diese Matrix möchte ich multiplizieren mit einer Matrix mit einer Matrix 1, minus 1, 0, 2 und 1, 3. Erste Frage ist, passt das überhaupt? Hier ist die Anzahl der Spalten 2 in der linken Matrix und die Anzahl der Zeilen ebenfalls 2 in der rechten Matrix. Das heißt, ich kann hinterher multiplizieren und das, was ich ausrechne, schreibe ich mal schrittweise hin. Also, ich rechne ja minus 1 mal 1 plus 2 mal minus 1. Minus 1 mal 1 ist minus 1. 2 mal minus 1 ist minus 2. Wenn ich das aufaddieren, minus 1 plus minus 2 ist minus 3. das heißt, da kommt minus 3 raus. Ich schreibe das einmal beispielhaft hin. Das ist minus 1 mal 1 plus 2 mal minus 1. Ich färbe das auch nur einmal entsprechend. Das ist diese minus 1 die 1 das entspricht die hier die 2 ist entsprechend hier und die minus 1 das ist die hier. und für den nächsten Eintrag mache ich das ganz entsprechend. Ich rechne jetzt für den nächsten Eintrag minus 1 mal 0 plus 2 mal 2 und auch das habe ich wieder farblich markiert, damit man besser sieht, was jeweils miteinander multipliziert wird. Und genauso gehe ich für den dritten Eintrag in der ersten Zeile vor. Ich laufe wieder die erste Zeile lang und laufe jetzt entsprechend die dritte Spalte lang in der zweiten Matrix. Also ich rechne minus 1 mal 1 plus 2 mal 3 und auch hier habe ich wieder farblich markiert, was wie zusammengehört, welche Zahl jeweils woher kommt. Und damit haben wir auch schon die erste Zeile geschafft. Wir machen jetzt in der zweiten Zeile weiter. Und zwar rechnen wir 3 mal 1 plus 0 mal minus 1. Wir gehen jetzt die zweite Zeile durch und paaren das wieder mit der ersten Spalte, weil wir in der ersten Spalte sind, aber in der zweiten Zeile. Also 3 mal 1 plus 0 mal minus 1. Für den nächsten Eintrag gehen wir eine Spalte weiter. Wir rechnen also 3 mal 0 plus 0 mal 2. Auch hier wieder mit farblicher Markierung 3 mal 0 plus 0 mal 2. Und für den letzten Eintrag zweite Zeile und dritte Spalte Spalte da rechnen wir entsprechend 3 mal 1 plus 0 mal 3 Und auch hier wieder farblich markiert 3 mal 1 plus 0 mal 3 wieder die Zeile und die Spalte lang. So und jetzt wo wir das alles haben können wir das Ganze natürlich auch ausrechnen und die Ergebnismatrix ist minus 1 mal 1 ist minus 1 plus minus 2 ist minus 3 Das der nächste Eintrag ist minus 1 mal 0 ist 0 plus 2 mal 2 ist 4 Das nächste ist minus 1 mal 1 ist minus 1 plus 2 mal 3 ist 6 ist also 5 3 mal 1 ist 3 plus 0 mal irgendwas egal 3 mal 0 plus 0 mal 2 ist 0 3 mal 1 ist 3 plus 0 also 3 und das ist entsprechend das Ergebnis und zum Abschluss noch eine Aufgabe für Sie zum Ausprobieren wenn Sie eine Matrix haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und Sie multiplizieren die mit der Matrix 0 1 0 1 0 0 und 0 0 1 dann ist die rechte Matrix die hat die Besonderheit die sieht quasi aus wie die Einheitsmatrix nur dass die erste und zweite Spalte vertauscht sind also wenn Sie scharf hingucken die erste und zweite Spalte also diese Spalte und diese Spalte wenn Sie die vertauschen würden so hin und her dann wird die Einheitsmatrix rauskommen und wenn Sie da jetzt das entsprechende Produkt bilden dann sollten Sie eigentlich herausbekommen auch eine Vertauschung der entsprechenden Spalten von der Ausgangsmatrix also sollte rauskommen 2 5 8 zuerst die zweite Spalte der ersten Matrix dann die erste 147 und bei der dritten sollte sich nichts geändert haben 369 probieren Sie das einmal selber aus bis zum nächsten bis zum nächsten